So, jetzt geht's drum, wer holt sich die Medaillen? Das ist die Entscheidung über 400 Meter bei den Juniorinnen. Und die Nordtribüne macht mal kräftig Lärm, wenn die Spritterinnen jetzt vorbeiziehen. Super, danke schön. So, und jetzt geht's vorne ab. Laura Müller auf der Bahn 3. Wer kann folgen? Christina Herring, die auf Position 3 liegen. Anna Fergenthaler, auch vorne. Aber Laura Müller schickt sie sich an, hier in ihrem Ziel zu beteiligen. Oder kommt da noch mal? Genau, die Sitzung wieder weiß Bescheid. Laura Müller läuft hier wohlmöglich ihrer Titelverteidigung entgegen. Super Wetzlar, jetzt kommt noch mal auf der Bahn 4, Christina Herring. Und dann wird's ganz eng. Und Christina Herring in 52,9...